Vielleicht sind die Schleime jetzt weg. Super, wir haben eine komplette Rüstung auf dem Weg verloren. Potenziell. Ich dachte, du hast es wiedergefunden. Ich habe die Diamantspitzhacke wiedergefunden, weil die zufällig auf meiner Ebene gelandet ist. Boah, das ist so scheiße. Warum tauchen da Schleime auf? Die sollte nicht in der Höhle sein. Tja. Ja, also bei Grund im Let's Play kamen schon hier Hühner in die Höhle rein. Das hat es auch schon gegeben. Okay, hier ist noch ein bisschen von meiner Erfahrung gelandet. Okay, jetzt schlägt das Bett in der Luft. Okay, hier ist noch ein bisschen was gelandet von meinem Zeug. Ach, das sind die Überreste von dem Skelett. Schön, ist das auch gestorben. Okay, hier ist noch ein bisschen was gelandet. Heute nichts, danke. Okay, was wir es heute nicht machen. Hier steht moria das Ziel. Heute nichts, danke, das erreicht. Ja, weil ich ein Skelett-Pfeil mit einem Schild abgewehrt habe. Ah, okay. Sehr schön. Weil das zufällig überlebt hat. Und ich habe es geschafft, ein Skelett von einem Skelett töten zu lassen. Das war auch mal ein Erfolg. Okay, jetzt noch eine 1x1-Höhle. Cool. Leuchten wir das mal aus. So. Und nehme Eisen mit, damit ich mir gleich wieder einen Eimer machen kann. Muss ich halt das Aufzugwasser benutzen, für das Obsidian. Und den Registorn nehme ich mit. Ich baue mal mit meinem Bett ab. Stell das woanders hin. Nehmen das Bett und schieben das woanders hin. Au. Oh, meine Eisenschuhe haben übrigens überlebt. Oh mein Gott, das Wasser hat hier Obsidian gemacht. Von sich aus. Nice. Okay. Hoffnungsvolle Musik bei mir in der Playlist. Ja, Hoffnung ist gut. Sehr schön. Okay, cool. Der Berg muss dann später noch viel kleiner werden. Die Kiste bleibt hier erstmal stehen. Ah, es ist ja nur ein, es ist ja nur eine Fläche Lava. Nice. Cool, dann mache ich jetzt folgendes. Ich baue das hier. Ups. Zu. Ach, dafür ist es leider Feuer da. Ein Vorstand für den Schornstein. Ja, natürlich für den Schornstein. Für was sonst? Das ist die einzige Funktion als Rauchsäule und als Schornstein. Und du kannst Monster mit anzünden, aber das macht niemand. Und ich habe noch verrottenes Fleisch. Sehr schön. Ich kämpfe mir Hunger mit Hunger. Oder ich? Okay. Die Lava ist vielleicht doch nicht so flach, wie ich dachte. Wurde eigentlich gepatcht, dass Obstinian möglicherweise schneller abgebaut werden kann jetzt mittlerweile. Keine Ahnung. Die haben wir. Ich kenne mich mit den Patches nicht aus. Da fragst du den Falschen. Das ist immer so, weil ich klopfe hier nicht mehr minutenlang dran, sondern nur noch so 20 Sekunden. Kann auch sein, dass Poff da irgendwas erhöht hat. Das kann auch sein, dass der was Nettes gebaut hat. Wahrscheinlich, weil es ihn abfuckt, wenn Obsidian einfach 5 Minuten zum Abbauen brauchen. Ohne Effizienz. Lass euch Zuschauer im Stream. Äh... Nö. Einen und der bin ich selbst. Gerade nicht. Nö. Nö. Mir bleibt schon wieder Ländchen auf Zelda-Musik. Okay. Läte und Slaps. So, du kommst Slaps mit dabei. Ne, aber keine... von der Sorte. Slaps. Oh, ich hab Eisen unter Obsidian gefunden. Okay. Wie groß ist denn so ein Lagerfeuer? Ein Block. Okay, dann weißt du schon, wo das hingehört. Der Innenkamin, nehme ich an. Und Leitern, wie stellt man die her? Und die hab ich noch gar nicht gemacht. So, das müsstest du in deinem Rezeptbuch haben. Okay, das hier könnte ein potenziell gefährliches Obsidian sein. Ich sehe nicht. Ein Leitern aus Sticks. Sieh eine Menge Sticks. Wie viele Obsidian brauchst du für einen Zaubertisch? Weiß ich nicht. Kannst du nachgucken. Ach nein, du hast ja noch gar nicht das Rezept. Ich hab ja die Diamanten gefunden. Du hast die Diamanten. Musst du nachgucken. Apropos, ich brauch da noch zwei Diamanten für den Zaubertisch. Selbst. Also wenn du demnächst welchen findest, wär das ganz cool. Ich werd nicht danach suchen. Wie wird das mal meine Lötzschöne bauen? Ich baue hier nur meine Lötzer. Das hier ist ein Fleckchen Lava gewesen. Drei Leitern. Absurd ist denn die Haltbarkeit von der Diamant-Spitzhacke? Das ist ja gut. Diamanten sind. Also wenn du einmal eine Diamant-Spitzhacke hast, dann hast du eigentlich fast ausgesorgt. Ja gut, ist halt in der Realität leider nicht so. Na doch, also wenn du in der Realität Diamanten hast. Dann hast du ausgesorgt. Also wenn du in der Realität genügend Diamanten hast, um die daraus eine Spitzhacke zu machen, dann hast du ausgesorgt. Und so gegeben, den Jog hat hier viel erwartet. Dann würde ich schon sagen, oder? Aber realistisch gesehen, das würde ich schon sagen. Also wenn in der Realität genug Diamanten besitzt, um die daraus eine Spitzhacke bauen zu können, das ist schon... Da hast du keine anderen Sorgen. Ich war es nur auf das Video von gegen dem Millionär oder Milliardär. Ich habe eine Diamant-Spitzhacke in der Realität nachgebaut. Sie funktioniert nicht gut. Oder sowas. Oh, jetzt ist die Wasserquelle noch eine. Cool. Aber die brauch ich jetzt nicht. Äh, muss ich schon sagen, das ist schon... Ist noch eine? Wäre schon ein großes Problem. Man, ich wäre gern so reich, dass ich mir nur die Diamant-Spitzhacke bauen könnte. Echt die Diamant-Spitzhacke? Kann jetzt schon versprechen. Wenn ich irgendwann mal die Milliarde knacken sollte, hätte ich auch hier eine Diamant-Spitzhacke. Mach aber auch ein Video draus. Ja, natürlich. Und stell sie dann im Video vor, das ist meine echte... Echte Diamant-Spitzhacke. Und was bringt's da? Da kannst du bestimmt einiges abbauen, das ist schon... Da kannst du einiges abbauen. In der Welt würdest du wahrscheinlich auch eine Sache draufhauen, weil das Ding zerspringt dir. Ne, Diamant zerspringt nicht so leicht. Oh doch. Ich hab schon mit Diamantwerkzeug gearbeitet. Das Zeug, das hält nicht lang. Das ist super für harte... Sachen, aber... Das Ding benutzt du einmal, danach kannst du es wegschmeißen. Ja. Da kann ich mit Recht behaupten, ich bin Experte. So. Redstone haben wir auf jeden Fall genug. Und das hier haben wir. Und ich würde sagen, dann baue ich mir mal ein Portal hier hin. Dann ist das nächste Projekt also ein Haus. Das heißt, hier muss ich noch eine Ebene reinbauen. Batsch. Scheiße. Okay, da braucht er jetzt noch zielen was. Ach so, Verhältchen hat er da oben drauf gepackt. Nee. Das finde ich ja... Äh, ich hab mich mit dem Obsidian verschätzt. Ah, hier muss ich eh noch deutschen Backen. Da mach ich einen Teppich drüber. Seht keiner. Ziegelsteiner. Oh, ich hab's selbst drauf. Pass das auf. Ja, so ist das cooler. Vier ziegelsteiner hätte ich jetzt hier. Das heißt, du musst im Portal 200 Granit. Ich mach's das eins tiefer. Das Obsidian dauert ja Gott sei Dank nicht so lang. Und wisst du heute schon einen Netter rein oder was? Ich könnte. Ich hab ein Feuerzeug da und ich hab... Aber nicht während Prof nicht da ist. Da müssen wir noch gemeinsam da reingehen. Lass uns dann gemeinsam einen Netter rein. Ich mach meinen Fortschritt so, wie ich das für richtig halte. Ach, Mensch. Außerdem bist du da. Du nimmst auf. Und er nicht. Also. Und Prof, Prof, der will doch dabei sein. Hat er das gesagt? Nö, aber... Nö, aber ich rede einfach für ihn. Okay, dann muss ich das noch zwei breiter machen. Brickstair, das heißt was? Hm? Brickstair, das heißt was übersetzt auf Deutsch? Und Granitstair, das sind die Granitsteine. Granit-Treppen. Granit-Treppen. Warum sollte man... Okay. Die Frage ist... Könnt du wieder schlafen gehen? Wenn du fragen musst, warum sollte man, sollst du eher fragen. Warum sollte man nicht? Hast du gerade ein Bett in der Nähe? Ja, ich bin bei mir zu Hause. Sie haben einen Schiss von der Nacht. Ja, ich baue gerade hier das Portal auf. Ich glaube so. Oder wie hat er das gemacht? Ich muss auch noch schauen, ob ich die Bilder richtig hingesetzt kriege. Bist du im Bett oder nicht? Ich habe hier direkt unten ein Bett. Das habe ich jetzt unverpflanzt. Au. Jetzt wird mal wieder was essen. Bin im Bett. Dringend sollst du mal was zu essen holen. Beim Bau, bei den ganzen Bauarbeiten habe ich vergessen. Dass ich hier noch Gesundheit habe. Ich habe noch ein Herz. Das ist hier ein bisschen... Ein bisschen Fisch. Ich hoffe, das total funktioniert so, wie ich das mir vorstelle. Wenn es nicht so funktioniert, dann mach es anders. Ich muss gucken, ich brauche halt sehr viele Obsidianen gerade. Dass du umso viel breiter machst. Stimmt, du hast ja eine Spitze. Du kannst ja schon... Du kannst ja schon... Ja, wie gesagt, ich baue hier gerade ein Netterportal. Ein ganz regulärer. Sehr schön. Und Poff hat Balkone an sein Haus gebaut. Ach, hat er es auch noch geschafft. Wolltest du doch nicht ein Pferd draufstellen? Ja, wollte ich doch gerade... Aber ich habe noch kein Name-Tag. Wir würden auch ein Pferd holen und das auf einen seiner Balkone stellen. Dann wissen wir, was wir zu tun haben. Name-Tags angeln. Oder suchen. Exakt. Und das fährt dann schon an. Er sucht schon mal nach Name-Tags. Ich habe ewig danach geangelt. Ich brauche jetzt erstmal kurz Slaps, weil ich möchte ganz gern, dass das Portal auch von oben nicht unbedingt sichtbar ist. Dass ich hier eine Ebene falsch gebaut habe. Gut, Dirt habe ich da. Ich brauche jetzt erstmal Scheren und Schafe. Ich brauche sowieso Schafe. Ich brauche eine Spitzhackerei. Ich habe nicht eine Spitzhackerei. Komm, pass und Diamantzeug weg. Eisenherz packe ich mir in die andere Kiste. Packe ich mir in die Minenkiste unten. Übrigens, ich hoffe, der Platz für das Portal ist gut gewählt. Was hat denn sie nicht... In meinem Haus? Ja. Ich wäre mir da nicht so sicher. Wo ich extra diesen Riesenplatz habe. Es ist ja eigentlich kein Haus. Das bauen doch manchmal... Manchmal kommen wir aus Portalen ja auch Monster aus dem Portal... Aus dem Never aus. Ja, ja, ich weiß dann halt... Ist vielleicht besser, wenn sie in deinem Haus drinstehen, dass die sich dann in die Welt feiern. Ja, das war ja der ursprüngliche Plan. Ich wollte hier eigentlich so ein Tempel fürs Neverportal machen und ich habe aber ein Bett reingestellt. Und meinen ganzen Scheiß. Ja, wenn die halt... Die verlassen ja dann das Haus nicht, oder? Ja, ganz klar. Ich habe ja Türen. Das heißt, wir könnten da sogar Monster mehr oder weniger farben. Und das Ding ist halt eben ehrlich gebaut. Das heißt, ich könnte auch jederzeit wieder zurück und nerven dann nicht. Sehr schön. Und wir müssen nicht strecken. Das ist keine schlechte Idee. Ja, das dachte ich mir auch. Und wir können uns... Ich habe halt oben einen Lager. Das sind wir mal nicht anmachen. In der Wohnung. Das ist mir langsam dunkel. Ja, und ich habe keine Facecam an. Von daher... Mir kann es egal sein. Ich habe ja letztes Mal ausverseidig. Ich werde es auch nicht, aber... Irgendwann sehe ich nicht mehr was. Ich kann mir aber die Vorhänge aufmachen. Da habe ich auch ein bisschen Licht noch. Und sie meine Tastatur nicht. Hat dann noch keine RGB-Bedeutung. So was nennt sich Gamer. Ich habe nie gesagt... Ich habe nie behauptet, dass ich Gamer bin. Du spielst, also bist du. Obwohl ich habe ein T-Shirt, auf dem steht Semper Ludens Gamer. Aber gut. Okay, mehr geht nicht. Ich habe trotzdem nie behauptet, dass ich ein Gamer bin. Ich habe auch nie Gegenteiliges behauptet, aber... Schafe wollten wir. Hast du zufällig Seile oder Fäden da bei dir? Seile definitiv nicht. Nein. Ich durchsuche mal deine Kisten. Ich könnte wetten, dass... Du hast sogar eine Leine. Okay, dann nehme ich die mal mit. Ich bin hier auf der Suche nach Schafen. Und du hast auch noch drei Strings. Das ist perfekt. Gibst du mir wieder zurück. Du musst mir auf Ersatz für Besuchungen dann irgendwann. Egal. Nee, behalte es einfach. Ich habe von dir auch einiges schon geliehen. Ich gedenke, dass ich jetzt demnächst Schafe und alles herholen werde. Und das ist eine Leine sehr viel einfacher als... Kannst du, kannst du ja nehmen. Ich habe mir von dir auch schon einiges genommen. Das ist ja... Uh, das kann ich nicht machen. Also so. So, wir gehen jetzt noch mal Leinen. Ich brauche einen Faden mehr. Vielleicht füge ich auch den Weg an. Haben wir eigentlich schon einen Platz für Schafe und alles? Prof hat Schafe. Ach, der hat welche? Nein, der hat doch doch ein ganz Gehegel voller Schafe. Wie viel Fortschritt hat der Mann gemacht, der an B irgendeine Scheiße gebaut hat? Der hat ja schon seit Ewigkeiten... Stehen da schon seit... Keine Ahnung. Seit der ersten Folge. Ach ja, der hat ja auch schon Bienen. Hast du dir das nicht aufgefallen ist? Wie oft bin ich bei ihm drüben? Ah, und das ist dein Haus, oder was? Dein Berg. Und das neben meinem Berg. Sag nicht, du hast das Haus noch nicht gesehen. Das ist... Was machst du eigentlich während der Mein Kampf vollen? Natürlich, dein Haus kenne ich, aber... Nur vom drüberlaufen. Ich weiß auch, dass er ein Feld hat, aber ich weiß, dass er es nicht benutzt hat. Okay, dann glaube ich mir mal alles an Wolle hier. Du kannst doch scheren, das habe ich auch schon öfters gemacht. Ja, dein Eidenschweig im Kegel. Aber nicht töten. Habe ich nicht vor. Wie kommt man hier wieder raus? Äh, da gibt es eine Tür. Ja, aber wo? Auf der Seite Richtung Meinemberg. Du musst aufpassen, dass die Schafe nicht rausrangen. Ja, ich gucke gerade. Ich finde hier keine Tür. Also wenn du in die Richtung Profs Haus läufst, dann muss da irgendwo eine Tür sein. Irgendwo. Ja, gut. Ah, hier. Das ist ja das Team. Cool. Wo ist jetzt dein Berg? Dann gucke ich mir das auch gleich mal an, wenn ich eh schon da bin. So, ich brauche noch eine Granitstufe. Ich brauche hier gerade den Schornstein oben drauf. Wie macht man Granitstufen? Bist du denn? Ich bin hier. Ich mache dort gerade einen Schornstein oben drauf. Ah, okay. Das ist also tatsächlich dein Berg. Ähm. Oder was? Ich brauche gerade eine Granitstufe. Wie mache ich denn das? Ich muss gleich, ich gehe mal rüber zum Schneider. Da kommt dann gleich noch ein Feuer rein. Ich glaube, das wird der Kamin hier. Da kommt dann hier. Da ist Weizen unten drunter, dann brennt der Rauch besser. Mhm. Also einen Weizenblock. Würde ich sehen. Ich nutze mal gerade deinen Stein hier. Dein Schneifstein. Ich mache mir jetzt erstmal einen Teppich und ein Portal. Das ist ja der Musik-Place. Hm. Da, 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 da. Ähm. So, wie viele mache ich? Ich mache eins, zwei, drei. Duh, 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 duh. Perfekt. Ähm. Ich habe das gebaut. Aber das aus, ja. Ähm. Achso, hier ist mein Ding. Wieso habe ich das als Schild? Ich trage Granit als Schild. Okay, sehr gut. Portal fällt nicht mehr auf. Habe ich nicht ein Feuerzeug oben? Feuerzeug haben wir doch alle. Ja, Feuerzeug habe ich oben. So, Lutz, ich habe eine Feuerkugel in meiner Kiste. Ja, ja, ich weiß, ich habe deine Kiste ja durchsucht. Dann sind wir mal gespannt, ob das geht. Und, ja. Oh, scheiße, ich habe gerade nicht zugeschaut. Mist. Ich war gerade wieder drüben. Ich habe offiziell ein Netterportal. Hurra. Jetzt brauche ich, jetzt muss ich nur noch schauen. Läuft es dir schon in, gehst du zu einem Netter oder was? Nee, ich möchte ein Bild hier. Ich bin noch nicht ready für einen Netter. Ich bin hier noch, ich habe noch kein richtiges Schwert. Ich habe noch keine Diamantschwerter. Wir haben noch gar nichts. Ich auch nicht. Ich habe eine Brust und Schuhe. Wir sollten uns erst mal richtig ausrüsten, bevor wir da reingehen. Warum? Ich kann es doch einfach ohne alles da reingehen. Ja, aber das wäre eine blöde Idee. Aber nehmt schön ein Bett mit. Das müssen wir mal gemacht. Ein Bett nehme ich erst zum Ende drachen mit. Habe ich mal wirklich in Minecraft gemacht? Habe ich mal in Minecraft Arno Staffel 1 auf der Switch? Ich habe mich ins Bett gelegt im Netter. Wusstest du, was passieren wird? Ich wusste es, aber ich hatte es für den Moment, für den Moment der kurzen Unaufmerksamkeit, hatte ich das ausgeblendet. Habe mir nichts dabei gedacht. Und dann, scheiße, stimmt ja. Habe ich dann gedacht, scheiße. Das wusstest du. Okay, ich muss das Netterportal einmal kurz zerstören wieder. Ich habe mir gesagt, scheiße, das wusstest du. Jetzt hast du so eine Aufnahme. Jetzt kannst du es natürlich auch nicht wegschneiden. Das wäre ja ein bisschen, das wäre ja fake. Oh, heute geht es nicht mehr da. Ich werde mir kein Bett mitnehmen, denn ich weiß genau, was passieren wird. Hahaha. Ich wusste ja, was passieren wird, aber ich habe es irgendwie, es ist, es war kurz unaufmerksam, hat mir gedacht, das ist jetzt mal schnell. Ich brauche mal eine Pause. Schnell mal ins Bett legen. Netterportal offiziell wieder zerstört. Nicht Hurra. Ah, okay. Welches Bild werden wir nehmen? Das hier? Nein. Das hier? Ein Bild? Ja, natürlich. Ich mache das immer so, dass ich mir hinter das Netterportal ein Bild setze. Okay. Aus welchem Grund? Einfach damit so ein bisschen Mario 64 mäßig wirkt. Damit du es auch sieht. Du hast das quasi ins Bild. Ach, du hast das an der Wand gebaut, damit du durchlaufen kannst. Ich habe es damals auch im Wohnen gebaut. Und reinhüpfst. Das geht? Ach ja, stimmt. Ach so, du brauchst das, damit du in das Bild reinläufst. Du wirst dann in das Bild. Ja, ich glaube quasi, das ist ja cool. Was hat es dir? Das habe ich irgendwann mal gemacht. Da habe ich auch immer diese Größe, damit das größte Bild reingeht. Das hat es dir. Ach, und jetzt komm da. Was bei dir? Das ist nur gut, das ist auch was bei mir. Ist nämlich als Bild gerade ein Eisenbolem. Bei mir bestimmt nicht. Wahrscheinlich die Fechter. Das größte Bild ist wahrscheinlich zwei Leute, die Fechten. Ja, mir sieht das echt cool aus. Als würde man so einen Dorf kommen. Ich bin da vorher hin. Das ist ja schön. Jetzt ein paar Falltüren rum. Ich habe aber keine Falltüren. Doch, ich habe noch fünf Falltüren. Habe ich noch. Jawohl, ich muss jetzt noch wie hier. Zombie tot. So, ich gucke mal, wie viel man für den Entscheidenden-Tagel braucht. Ach, vier. Okay, cool. Ich habe fünf. Ein Buch und zwei. Und wie zum Linker. Das heißt, wir werden als nächstes auf die Diamantensuche gehen. Beziehungsweise ich werde mir jetzt erstmal... Wie mache ich jetzt hier noch eine Falltür hin? Ich weiß nicht. Um ein Haus zu bauen, muss ich erstmal den Berg hier weiter terraformen. Und das heißt, wir machen wieder weiter da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und erkundet haben. Willkommen zu einem neuen Part. Nach wie vielen Stunden? Nach zwei Stunden 26. Willkommen zum ersten Part Minecraft. Okay, hier passen jetzt keine... Wieso kann ich hier keine Falltüren mehr hinbauen? Oh, ich kann hier noch Bilder hinsetzen. Cool. Kann man, wenn man einen Lager vorher aufgebaut hat, keine Falltüren mehr daneben aufbauen? Doch, normalerweise schon. Steht wahrscheinlich im Weg. Ich blick's nicht. Oh, das hat Stil. Kann da keine Falltüren mehr dran, da oft ist viel zum Hinkern. Okay, das werde ich definitiv durchziehen hier. Hier extra Wegebraut. Warum? Warum kann ich hier nichts mehr dran bauen? Ist ich die Schlücken pflanzen, oder? Ich kann ja keine Falltüren mehr bauen. Woran liegt das denn jetzt auf einmal? Ich bin ja nicht das gut. Ich bleibe beim grünen. Ich kann nichts mehr daran bauen. Und ich habe gerade das nächste Level des Turms erreicht. Sponsportmusik ist ja ganz lustig, aber die nervt gerade ein bisschen. Ja, das sieht saugeil aus so. Das ist von oben hier. Das ist meine Fresse. Das heißt, mehr Wolle. Schafe, macht euch bereit. Falsche Richtung. Ich bin tot. Muss ich die Falsche von unten einbauen, damit sie nach oben weg geht, oder? Das kann durchaus sein. Ich kenne mich nicht so gut mit Falsche. Ach du scheiße Enderman. Ach du scheiße Enderman, ja. Server, hä? Okay. Hast du eigentlich mittlerweile Zuschauer? Ich gucke dir gerade nicht nach, weil ich das Tutorial offen habe. Deshalb frage ich, damit du potenziell nicht deinen Chat... ...dannierst. Welcher Chat? Welcher Chat? Genau der. Es hätte ja sein können, dass jemand schreibt. Ach, bei mir im Stream? Nö, ist keiner. Hast du gerade ein Bett in deiner Nähe? Nö, ich bin gerade bei den Schafen. Ich verstehe das mit der... Ich meine, auf der falschen Seite angeboten... Das ist sie. Genau in die andere Richtung. Muss sie denn in eine spezielle Richtung aufgehen, oder? Ja, die Falsche soll ja hier das Darrafheuer abdecken. Ah, ja. Das ist schön als Schornstellen aussehen. Genau so. Okay, ich habe jetzt ein Bett in deiner Nähe, aber ich werde von Spinnen angegriffen. Okay. Okay, ich habe ein Bett in deiner Nähe. Dann rein misst ihr. Ich bin drin. Minütchen. Und dann sollte ich auch mal das Licht anmachen. Bis gleich. Jetzt war wirklich stumm gefragt. War ich gerade noch zu hören, oder? Ich habe das nicht gehört, ich war weg. Ach, du warst weg. Okay. Ich habe das nicht angemacht. Ach so. Du dachtest, du wärst nicht mehr zu hören, oder was? Ja. Das passiert ja bei Discord ab und zu mal. Nö, ich war einfach weg. So, ich brauche mehr Bilder. Ach du Scheiße. Ich habe da ein paar Knöpfe am Schornstellen, ich habe einen gerade ausprobiert. Oh nein. Ich löse nur die Falltür aus, deswegen. Und dann war ich zwischen der Falltür eingeklemmt, zwischen Falltür und Stein. Das habe ich mir gesagt, ach du Scheiße. Das habe ich mir gesagt, ach du Scheiße. Ich habe mir so gedacht, was passiert ist. War nicht schlimm, ich bin da wieder rausgekommen, aber ich habe mich schon gewundert. Und gesagt, okay. Sehr seltsam. Übrigens, du müsstest mir dann mal sagen, was du bei den Bildern siehst. Ja, ja. Ja, sorry, ich bin hier gerade zwischen der Tür eingeklemmt. Die verdammten Falltür. So, die letzte Falltür muss noch angebracht werden. Hops, hops, hops. Ich hoffe, das reicht. Ja, es reicht. Sehr schön. Dann habe ich es auch richtig angebracht. Schauen Sie sich auch cool aus. Mal gucken. Die Schornstelle sieht auch nicht schlecht aus. Ja, der qualmt es jetzt raus. Ja, hübsch. Ja, hübsch. Ja, programmerser ist auch ein ganz gutes Corona-Vacetal. Corona-Vacetal. Ja, der wie sehr wie sehr älte ist. Ja, ihr العald-Vacetal. Ja, ich weiß es ja auch kein Bedroher. Untertitelung des ZDF, 2020